Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside & Break hier aus Karlsruhe heute. Ich bin heute hier mit der Sophia. Sophia ist Geschäftsführerin von HR Connectum. Vielleicht möchtest du dich ganz kurz noch vorstellen in ein, zwei Sätzen und dann starten wir auch mit dem Thema heute die Hin- und Wegbewegung von Bewerbern und warum Wechselmotive so wichtig sind. Ja, vielen Dank Yves für deine Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Sophia. Gemeinsam mit dem Yves haben wir 2016 HR Connectum gegründet. Ich bin jetzt bei HR Connectum in der Zwischenzeit maßgeblich auch in der Verantwortung, wenn es um das Thema operative, also wirklich Durchführung der Recruiting-Kampagnen geht. Und entsprechend ist mein Thema natürlich auch Wechselmotive. Wie kann man Bewerber am besten überzeugen? Sophia, was ist das Wichtige an Wechselmotiven? Das ist eine gute Frage. Da möchte ich dir einfach kurz ein Beispiel erzählen. Vielleicht kannst du dich sogar daran erinnern. Wir hatten vor kurzem eine Bewerberin und diese Bewerberin hat fachlich ziemlich gut auf die Stelle bei uns gepasst. Als wir uns dann mit ihr auseinandergesetzt haben, kam dann aber ziemlich schnell raus, dass sie nicht so sehr an HR Connectum interessiert ist, sondern vor allen Dingen ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell weg möchte von ihrem derzeitigen Arbeitgeber, sodass wir dann gar nicht mehr so sicher waren, okay, will die Person jetzt wirklich zu uns oder will sie einfach nur ganz, ganz schnell weg von ihrem derzeitigen Arbeitgeber? Und was ich da insbesondere gemerkt habe, einmal mehr, wie wichtig eigentlich das Thema Wechselmotive ist. Und es gibt unglaublich viele Wechselmotive. Es kann sein, dass man sich weiterentwickeln möchte. Es kann sein, dass man mit dem Partner sich entscheidet, an einen gewissen Ort zu ziehen. Es kann sein, dass man ja auch wirklich in einer Unzufriedenheit ist beim gegenwärtigen Arbeitgeber. Also man muss da ganz, ganz genau und präzise schauen, okay, was ist eigentlich das Wechselmotiv, um zu schauen, okay, passt das jetzt eigentlich zu der Position, zu meinem Unternehmen, will ich so jemanden bei mir haben? Okay, Sophia, kannst du uns ganz kurz zwei praktische Beispiele bringen? Einmal für eine Hinbewegung und einmal für eine Wegbewegung? Ja, kann ich gerne machen. Also klassische Wegbewegung, habe ich ja jetzt auch schon vielleicht ein bisschen im Beispiel gesagt. Eine Person ist unzufrieden im derzeitigen Unternehmen und möchte da weg. Und jetzt kann ein ganz konkreter Grund für diese Unzufriedenheit sein, dass die Person überfordert ist mit den derzeitigen Tätigkeiten. Und diese Überforderung führt dazu, dass da eine Abwehrbewegung ist, dass viele Aufgaben vielleicht nicht mehr erledigt werden, dass man sich da nicht mehr wohlfühlt, vielleicht auch im Kollegium schon bekannt ist als die Person, die immer überfordert ist und dann will man weg. Klassische Wegbewegung. Okay, und das Risiko ist für den Arbeitgeber, für den neuen Arbeitgeber, dass es natürlich nicht besser wird im neuen Job. Dieses Risiko ist relativ hoch, gerade eben bei den häufig Frequenzwechslern, die alle anderthalb bis zweieinhalb Jahre ihren Job wechseln. Die suchen immer wieder etwas Neues, aber werden immer wieder in ihrer Unzufriedenheit auch im neuen Job bestätigt. Das ist richtig, ja. Ich möchte aber auch noch ein anderes Beispiel zeigen. Zum Beispiel gibt es ja auch Personen, die sich wirklich weiterentwickeln wollen. Das kann jetzt zum Beispiel jemand sein, der im Unternehmen wirklich super performt und auch die Sache gut macht, aber es gibt einfach faktisch keine Rolle, in die sich diese Person hin entwickeln kann. Und jetzt wäre die einzige Möglichkeit für jemanden, der wirklich starke intrinsische Treiber hat, das Unternehmen zu wechseln und da eine neue Position dann anzutreten. Und dann ist es so, dass solche Personen ja auch eine Wegbewegung haben, aber sie haben auch eigentlich eine viel stärkere Hinbewegung in die Rolle, in die Funktion, in die konkreten Aufgaben. Okay, sie werden von den Aufgaben, von dem Jobprofil angezogen und setzen auch Energie frei, geben der neuen Organisation, dem neuen Arbeitgeber zusätzliche Energie mit ihrer Kraft und ziehen nicht die Energie von den bestehenden Mitarbeitern, so wie es häufig letztendlich unzufriedene Wechsler tun. Richtig. Okay, super. Sophia, kannst du uns zum Abschluss noch eine praktische Vorgehensweise mitgeben, wie Arbeitgeber eben Mitarbeiter anziehen, die mit einer Hinbewegung zu ihnen kommen und eben nicht solche, die nur aus Grund einer Wegbewegung den Job wechseln? Es steht und fällt mit der Kommunikation. Du als Arbeitgeber gibst eigentlich vor, welche Motive relevant dann auch für den Bewerber für einen Wechsel werden. Wenn du zum Beispiel ziemlich viel von Freizeit, von der Möglichkeit zum Ausgleich, zum Beruf sprichst, wenn du viel mit Kickertischen oder sonst was argumentierst, wirst du vermutlich Personen anziehen, denen das besonders wichtig ist. Und jetzt pass gut auf, weil brauchst du Menschen, die wirklich Freizeit fokussieren bei der Arbeit oder suchst du eher Menschen, die ergebnisorientiert sind, die Leistung bringen. Und dann solltest du vielleicht eher solche Dinge kommunizieren. Also wirklich Themen, die auch für dich und mit deinen Werten in Einklang stehen. Das ist ganz wichtig, weil Menschen, die sich monetär interessieren und monetär motiviert sind, werden von monetären Argumenten angesprochen. Menschen, die leistungs- und ergebnisorientiert sind, werden von solchen Argumenten angezogen. Und es gibt wirklich Studien, die genau das belegen. So wie du kommunizierst, so wie du sprichst, genau solche Personen ziehst du an. Und wenn du Personen möchtest, mit einer klaren Hinbewegung, die auch zu deinen Werten entsprechen, dann kommuniziere deine Werte, kommuniziere deine klaren Zielvorstellungen und dann wirst du auch genau solche Personen treffen können. Okay, super. Vielen Dank, Sophia, für die spannenden Insights heute hier bei Inside & Break. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile das in den sozialen Medien, teile es vor allen Dingen auf LinkedIn und besuche auch mal unsere Website www.hiconnectung.de. Vielleicht ist da das Passende für dich dabei. Tschau, tschüss, aus Wiedersehen hier aus Karlsruhe. Vielen Dank auch von dir.